Ein herzliches Grüß Gott! Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bereiten wir Tassenrührei zu. Und die folgenden Zutaten benötigst du dazu. Zwei Eier, einen Esslöffel Schnittlauch und Gewürze. Schlag deine Eier fachgerecht auf und gib sie in eine Tasse. Gib nun von dem Gewürz und deinen Schnittlauch dazu. Nimm eine Gabel und verrühre deine beiden Eier mit den Geschmackszutaten gut. Stell deine Tassenrühreihe in den Ofen und backe sie bei 175 Grad etwa 20 Minuten. Lass es dir schmecken!